Hä, wieso ist hier Wachs auf dem Apfel? Genauso mag ich meine Äpfel. Okay, ganz ruhig. Viele Äpfel haben tatsächlich eine natürliche Wachsschicht, die dann gegen Insekten zum Beispiel schützt. Ist also ganz normal und gesundheitlich auch erstmal nicht bedenklich. Aber, wenn die Äpfel nicht aus Deutschland kommen, dürfen die künstlich gewachst werden. Jetzt wird's spannend für Veganer. Manche Äpfel sind nicht vegan. Denn manche Bauern entscheiden sich, mit Bienenwachs zu wachsen. Tolle Leistung. Auf den Äpfeln im Supermarkt steht dann gewachst. Welches Wachs benutzt wurde, weiß man aber nicht. Wenn du als Veganer auf Nummer sicher gehen willst, hol dir Bio-Äpfel. Bio ist für mich Apfel. Da ist das Wachsen nämlich verboten. Wenn du das Schmierige bei den Äpfeln nicht magst, kannst du es einfach unter warmem Wasser abspülen und dann mit einem Küchentuch schön sauber machen. Auf meinem Account gibt's bald eine Liste von Bienenwachs-Äpfeln, die nicht vegan sind. Let's go!